Hallo Freunde und Willkommen zurück bei Life is Strange. Ja, in der letzten Folge haben wir nun welche gefunden? Falsch, der vorletzten oder letzten? Ich hoffe, Nathan genießt seine letzte Party. Chloe, wir können direkt zu den Kampen gehen. Wir haben Proof. Falsch die Polizei. Rachel wollte uns zu finden, so wir können reale Justiz. Und Revenge. Die Preskotten haben das vor 100 Jahren gemacht, und niemand wird in meine Richtung. Especially mit Ihrer Hilfe. Right? Ich bin mit Ihnen nach dem Ende, Chloe. Du kennst das. Und hier kannst du nicht mehr Generspielen, ne? Wir haben Chloe's Freunde gefunden. Jetzt noch den nächsten, ähm... Überzeugen, dass das ein Fehler war. Dann dürfen wir aber durch sein. Oh shit! Das ist wie das Eclips. Du bist richtig. Schau mal die Outline. Ich kann nicht wissen, ob sie anders sind. Was ist das? Jesus, Chloe! Look up at the sky! Schön. Schön. Ich weiß nicht. Der Welt ist enden. Cool. Du bist nicht hörbar. Was ist großartig? Das ist richtig. Nathan Prescott ist gestern. Das ist ein Schaden. Das ist doch gut, Warren. You look really good, Warren. Are you all right after today? I'm glad you stopped me. Nathan ist dangerous. Wo ist er? Ich habe ihn nicht wieder gesehen. Ich war in meinem Zimmer. Mann, hast du trinkt? Wenn du eine halbe Bier trinkst... Los geht's, Max. Hey, hey. Ich weiß, dass es eine schlechte Zeit ist, aber kann ich eine Bilder bekommen? Ich fühle mich, dass es eigentlich das Ende des Welt ist. Also, ich möchte etwas... für Prosperität. Well... Ich weiß nicht, Warren. Ich weiß, ich weiß. Ich habe die Böde. Ein Bild. Uh... Action. Wir haben keine Zeit für diese Scheiße. Kommt, Max. Sorry. Ich wollte nur wie ein normaler Studenten nach dieser Woche's Ultraviolenz. Ich habe nie jemanden so gesehen. Ich war immer derjenige, der mein Arsch geklappt hat. Hey. Wir brauchen noch deine Expertenhilfe. Wenn du Nathan sehen möchtest, texte mich sofort, okay? Und lass ihn dich nicht sehen. Er wird nicht. Ich weiß, wie hier inwesend sein wird. Nicht für mich, Warren. Texte schnell. Oh... Für ein Bier ist das schon gut abgefüllt. Hat er noch nie getrunken anscheinend. Das ist keine Aufforderung sein soll. Hallo. Hallo. Kann ich mit deinem Code oder was? Nein. Ich habe keinen Tablet mit Kat-Pix. Okay, Chloe. Wo bist du denn? Ich liebe dich alle diese Kleine. Es ist ein bisschen schrecklich. Plus, einige der Vortex-Clubben immer gibt mir eine Attizität. Stella. Das ist das, was sie hier sind. Hi, Stella. Hey, Max. Welcome to the end of the world. Do you want me to check anything in? Uh, no thanks, Stella. Have you seen Nathan yet? No, thank God. That boy creeps me out. Wait, some girl just asked about Nathan before you came in. What girl? She had blue hair, dressed like a punk. I've seen her putting up those Rachel Amber posters. I'm stuck here, so I'm sorry I can't help you. So why are you working at a Vortex-Club party? I didn't think you wanted to be a member. Screw that. I'm here for the job. Who hired you? Mr. Jefferson asked me because he knows I don't have a lot of money even with my job and scholarship. I'm not cool enough for this school. Yes, you are, Stella. You're smart, honest, and you bust your ass for Blackwell. I hope everything turns out your way in the end. Aw, thank you, Max. I really appreciate that. Hey, your face looks so intense. Are you okay? Uh, no. I'm actually not okay. I... I just need to find Nathan. And don't get too close if you see him. Hell no. This is homework, not a party. I'll text you if I spy him. Good luck! I'm gonna check out the other choices of what she said. Hi, Stella! Hey, Max. Welcome to the end of the world. Do you want me to check anything in? Uh, no thanks, Stella. Have you seen Nathan yet? No, thank God. That boy creeps me out. Wait, some girl just asked about Nathan before you came in. Why does Nathan creep you out? He should, I just want your reasons. He's a bully for one thing and he hit Warren for another. But have you ever looked at his eyes? Glazed and raging. Me no like. So why are you working at a Vortex Club party? I didn't think you wanted to be a member. Screw that. I'm here for the job. Do you notice anything unusual about the Vortex Club tonight? Yeah, I noticed they don't give a shit about Kate Marsh. I'm glad for the job, but I think Principal Wells should have canceled the party. Yes, I'm not cool enough. Yes, you are, Stella. You're smart, honest, and you bust your ass for Blackwell. Well, I hope everything turns out your way in the end. I'm not sure if you're in the cage. Thank you, Max. I really appreciate that. Hey, your face looks so intense. Are you okay? Yeah, yeah. Alles good. No, I'm actually not okay. I just need to find Nathan. And don't get too close if you see him. Hell no. This is homework, not a party. I'll text you if I spy him. Good luck. Thank you, Stella. And you, do you collect the drink, or what? Do you collect the glass here? Do you collect the entrance? Do you collect the entrance? Look at the bomb. Oh my god. Hat er gut gemacht. Irgendwie fehlt die Musik, ne? Kann das sein? Oh, der auch fehlt. Wann hab ich die denn abgestellt und warum? Wann hab ich die denn abgestellt und warum? Daniel? Du hier? Yes! Max Biggs in entrance. Haha! I only came to the party because of you. I'm glad to see you out and about. By the way, have you seen Nathan Prescott tonight? No, I've been hanging with Brooke since I got here. Max, are you okay? Your face looks so serious. I know. I'm not in party mode tonight. You look like you're on a secret mission. This is where it's going to end. For Rachel's sake. Well, if you want to hang out with Brooke and me, we're here for you. Thanks, Daniel. I have to stay on my mission now. I hope you stay on yours and become a great artist. Well, I'll be celebrating someday in a museum, Max. Adios. Hello, Brooke. Max, I didn't expect to see you at a Vortex Club party. I didn't expect that either, but I really need to find Nathan. Have you? No, I haven't seen him. And I'm not looking for him, so I most likely won't tonight. I just hate that scrub. And his club. So, why are you here tonight? No homework. Boredom. Waiting. Have you seen Warren tonight? No, but we're going to map out our drive-in date later. I was just talking to Daniel about a road trip next week to the Portland Art Museum. Oh, that is so cool. He needs a friend. I bet Daniel will be a great museum guide. I'm more into science than art, but what kind of a selfish fangirl would miss a Miyazaki exhibition? You're not selfish, Brooke. You're just trying to live your life without all this bullshit. Like all of us here. You seem so wise and kind of invincible this week. I think that snow and eclipse gave you superpowers. Check to see if you can fly. I don't think having superpowers would make my life easier. With great power comes great bullshit. I don't know. They would be pretty kick-outs to battle supervillains over Arcadia Bay. Well, the night is still young, Brooke. And so are we, Max. So let's plan a drone date next week. No one seems to know where Nathan is. Is he hiding or something? Let's see if he won't get out of here. Come on. No, I have... What can we do? Spring? Bist du nicht die Einzige? Warum bist du hier? Bist du nicht die Einzige? You're not the only one. Maybe this party will be the end of the Vortex Club. Then I don't have to pretend like I care anymore. Have you seen Warren tonight? No, but we're going to map out our drive-in date later. I was just talking to Daniel about a road trip next week to the Portland Art Museum. Oh! That is so cool. I'm more into... You're not selfish. You seem so... Only with your drone. By the way, did you see that crazy double moon out there earlier? Max, if I saw a double moon out there, I would assume it really was the end of the world. Well, the night is still young, Brooke. But so are we, Max. But isn't the big moon saying? Energy drinks, soda, energy drinks. I know somebody has the booze. There's Courtney drinking alone. Without Taylor or Victoria. I wonder why. I think we don't come to the trees, right? No. Is it wrong with you? You're a 14, 15, 16-year-old girl. You don't need a half-nackish car... ...by the way around. Luke. I just wish someone would kick... Max, you're the only person I don't mind seeing right now. I was looking for Nathan. I've avoided almost everybody here tonight. Why are you looking for Nathan? What a dangerous. I want to make sure he's not gonna do anything tonight. Like what happened to Kate. I have dreams that somebody finally kicks his ass one day. Luke, sometimes dreams come true. Today I saw Warren give Nathan an epic headbutt. Yes, give it up for brother Warren. Now all we have to do is drive all these goddamn Prescott vampires out of town. Um... I think Sean Prescott wants to drive all of us out of town. Or into Pan Estates. I met him once at a Bigfoots game. Mean fucking bastard. Oh man, he explains Nathan. Preach it, brother Luke. Okay, I have to get going. Um, thanks for seeing me. No, thank you. But for helping Kate. And for keeping it real. Peace out. Oh man. We have to go through every conversation, actually, individually. And find him. Luke. Max, you're the only... I was looking for... I've avoided... Uh... No big deal. No big deal. Really? You look pretty fucking intense. Is Nathan bothering you? I have dream... Luke, sometime... Yes! Give it up! That'll be hard to do when the Prescotts own the town. And the Vortex Club. I call it the Vortex Cult. Look at this crap. Dress code? VIP section? Elitist bullshit. Preach it, brother Luke. Yeah! No, thank you! No, thank you! Okay. Bigfoot on Otter action. Okay. Will he also swim in the water? No. But he's not. Can I be a girl on the water? No. Wait. Can we speak to her before she flies? Maybe... Can we speak to her before she flies? Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Natürlich, du hast mich geholfen, um einen anderen Moment zu retten. Danke, Max. Ich bin froh, dass du hier sehen kannst. Ich bin froh, dass du ihn. Ich habe ihn gesehen. Ich weiß nicht, aber sicher in der VIP-Section. Es ist ein New York-Club. Danke, Alyssa. Warum? Wenn ich Max Caulfield auf meine Seite habe. Gut, gut. Ja, ich bin zurück. Ich habe mich für ein Sack. Ich bin bereit für dich. Ich habe nicht gedacht, dass du wieder zurückkriegst. Ich bin froh, dass Blackwell eine Party hat, nach Kate hat fast auf die Runde. Ich glaube, dass die Leute glücklich sind, dass Kate jetzt gut ist und sie wieder können. Ich bin froh, dass sie wieder zurückkriegt. Ich bin froh, dass sie wieder zurückkriegt. Sie sieht viel besser. Und ihre Mutter ist sehr unterstützt für eine Veränderung. Kate hat das gemacht. Ich habe gesehen, dass das Video wurde verletzt. Ich habe es nicht mehr von ihnen geschrieben. Ich hoffe, dass sie nicht mehr von ihnen posten. Ist das naiv? Look how fast die Leute hier vergessen, über Kate. Sie finden neue Blackwell-Drama und vergessen, über ihre Video. So es geht. Look at das. Ich bin bei meiner ersten und nur Vortex Club Party. Ich weiß. Das Woche war so schütte, dass ich einfach nur mit einer anderen oder mich zu erzählen habe. in der mundges puede erhalten. Und abrupt zu über Chili. So verifah. Sie ist einfach nicht echt zu belachen. Sie ist einfach nur mit dir. Sie wissen, wie ich sie in die Gesicht. Ich würde wahrscheinlich, nur für Vortex Club posterität. Nein, nein, wir sind fertig. wir sind dann noch nicht fertig da war noch rachel äh kate hatten wir vortex club ich weiß nicht das war so schädig rachel ich denke rachel amber ich weiß nicht aber ich hoffe sie ist und sound ja ich will später max du bist etwas vielleicht sollte du bist du warst mit kate plus zu sagen ich bin ich bin dass ich weiß dass Blackwell ist war nachdem bei Kate die ist okay ich bin sicher dass es doch blick 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 die blick 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 Ich kann dir sagen, dass du ein bisschen ernstes Scheiß mit deinem Gesicht erzählst. Du musst mir nicht sagen, aber bitte lass mich wissen, ob ich mir helfen kann, wie du mir helfen kannst. Nein, sicher. Aber ich muss eigentlich... Danke, Elissa. Elischa? Elischa? Elischa, komm, pass auf Elischa. Sorry, dein Name ist nicht auf der Liste. Oh, ja, 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 ja... Ich habe die Story schon geschrieben, aber du musst du rief es vielleicht. Trust me, Alter, du bist nicht auf der Liste. Ich bin... Nein, denn dein Name ist auf der Liste, scheiße. Entschuldigung, aber ich komme rein. Entschuldigung, aber es ist die VIP-Section, nur Mitglieds, okay? Entschuldigung, aber ich bin auf der Liste, okay? Ich weiß, dass Max Caulfield nicht auf der Liste für das Vortex Club ist, gut. Okay. Hey, Max! What are you doing in here? Not anymore. Apparently, Blackwell has a severe toilet paper fetish. Let's take a look at the coffee table. Can I not take a look at the coffee table? I don't know. Not again. Yo, Maximum Overdrive. About time you got here to save this lame rave. Wanna get ripped? Uh, you look pretty ripped already, Justin. And not happy. Why did you even come tonight? Where else could I go in Arcadia Bay on a Thursday night? Besides, Dana is here. Just now. Tell me pretty lies. Put me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.